Hallo, wir sind mal wieder. Hallo. Wir haben jetzt ein Altar und wir haben zusammen eine Tür. Wir haben die Straße von Gib Altar. So, was der Altar eigentlich wirklich macht. Klopp. Auffallt Sachen quasi. Kannst du gleich mal schauen, was Gravitide-Ohr macht? Also wie man das grafen kann. Ich packe es einfach mal in den Altar. Ich packe es einfach mal in den Altar. Was dann passiert. Ich bin mir schon alleine. Ich glaube, du musst das irgendwie... Es hat geklappt. Ja. Du hast es in den Altar getan? Mhm. Und was ist rausgekommen? In Schadig Gravitide. Baby! Oh, je. Ja, ich kann jetzt Schaufeln craften oder sonst was. Marzel, ich mache ein Schwert für dich und eine Schaufel für mich, ja? Ein Schwert? Wenn du ein Schwert... Also ich weiß nicht, was du haben willst. Hä, was bringt denn das Schwert dann? Ist cool. Wieso? Ja, dann mach halt. Und warum willst du... Warum willst du gleich eine Schaufel machen? Weil eine Schaufel mit Werkzeug aus Gravitide... Wenn du einen Rechtsklick auf Blöcke machen, dann fliegen die in die Luft. Oder lass es uns aufheben, das Gravitide. Ja, vielleicht finde ich ja noch eins hier. Ich bin ja gerade ganz schön dran. Wenn du noch eins findest, dann können wir zweimal Gravitide-Handschuhe machen. Was machen die Gravitide-Handschuhe? Nichts. Aber wenn du die ganze Gravitide-Rüstung an hast, dann springst du voll hoch. Ich glaube, fünf Blöcke hoch. Du kriegst keinen Fallschaden und fällst langsamer. Oh, da drüben ist eins. Sehr hoch. Da drüben sind vier. Aber die sind sauweit weg. Ähm. Tim, ich weiß, wo vier sind. Da, wo wir vorhin gebaut haben. Noch ein Stück weiter dann. Da kommt übs wie Gravitide. Hä? Wo wir gebaut haben, ein Stück weit, ne? Na, wo wir unter, unter der, unter der Insel rum gebaut haben. Mhm. Ah, okay. Wo ich Zanit abgebaut hab. Ja. In meiner Zanit-Mine, sozusagen. Okay. Marzo? Ich will so einen Baum. Ich will so einen Baum. Ich will so einen Baum. So einen, der weiße Äpfel dort. Ist ein Kristallbaum. Suchst du? Hm. Hier drüben ist einer. Kommt man da hin? Der ist weit weg. Oder? Nee. Nee, das ist keiner. Oder? Da ist einer. Der ist grün. Nee, das ist keiner. Wahrscheinlich ist schon einer. Ich hab einer, aber ich glaub nicht, dass ich rankomme. Okay, ich muss jetzt runterhüpfen. Kann sein, dass ich sterbe. Doch, ich glaub, ich komm da sogar ran. Okay, ich sterb doch nicht. Es regnet. Ich komm ran. Ja, ich weiß, das hat ja auch hier gerade im Himmel geblitzt. Okay. Ich fahr mir kurz ein bisschen Erde. Ich baue mal oben auf das zweite Portal ein bisschen Zeug drauf. Hm, Wolke. Ja. Oh, es gibt's schon wieder. Ich mein, wenn wir dann daneben hüpfen, dann ist es unser Problem. Wie bin ich jetzt hier runtergekommen? Der Baum steht ja so auf voller Mini-Insel, ne? Ja. Und bei der Mini-Insel ist genau Ice-Stone. Cool. Ach, du heilige Axt. Da hab ich mir was vorgenommen. Was ist das? Okay. 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 Jetzt die ganze Zeit mal ein Schubank. Tja, ich muss sterben. Ich glaub, ich sterbe wirklich gleich, weil... Fuck. Ich hab schon keine Blöcke mit. Bau Wolke ab. Jedes, ich bin hier mit ihm. Also, ich baue einfach für mich mit... Ich baue mich mit blauen Wolken hoch. Okay. So. Ich könnte es schaffen. Ich muss mich nicht schaffen, dann bin ich tot. Bin tot. Was? 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 тj Und da Ich bin... so ein bisschen kontinuierlich und kontinuierlich wenn ich gerade lieber in den Stuttgart und aber lieber ein Schuss jeder Archer der Männer verloren sie sind in die unendlichen Weiten des Weltraums geflogen sagt er mit der Roboterstimme unendliche Weiten des Weltraums die zu Hause ist da oben ich glaube meine R-Clouds reichen um das Dach zu schließen ich baue da meine eigene Hemisphäre rein ne Atmosphäre Atmosphäre wie heißt das? was? Asphäre was? ich weiß es nicht ähm ich brauche Erde und Stein und Erde und Holz 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 Stein holz ok schaufeln axt ach du heilig axt 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 oh oh ich hab's rausgeschlagen darfst doch nur 4 reintun das war 4 drrrr let's play Beyblade axt axt ich hab ne Orange reingeworfen warum kann ich keine Schaufel reintun dass keine gelben Schaufeln gibt kann man nur gelbes Zeug da reintun Nein nur so etwas Geld wird mir nicht reintun wie craftet man den? wen? alter ähm Stein wie so ein Ofenstein und in die Mitte im Sandhut hm Enchanted Gravitate ach komm ist mir zu dumm ich brauche einfach noch ein bisschen mehr da dann brauche ich schon noch mal gerade hoch so das war ich hier noch ich will auch ein alter sieht geil aus dann mach dir ein der alter hat aber auch ne gute Textur oder? ja als item ja als item sieht's scheiße aber sowas oh fuck Marcel du bist schon wieder nicht ein Sproki was bin ich? kein Sproki hä? ich muss in die Party kommen ach komm schon Gott es hat genau gedonnert als du gestorben bist das war so nett bumm ach komm schon ah ich muss jetzt irgendwo Erde abbauen gehen ich stehe zum timer ja viertel vor unsichtbar mhm cool ich baue hier Erde ab und finde Zanid zum glück geht er wird Erde abbauen hier ein bisschen schneller Marcel geh mal in die Party ich bin in der Party ich bin in der Party ich bin in der Party oh nein ich hab dich in der Party drin ich dich nicht ja Party ich bin in der wunderschönen okay dann Notificate mich mal so heilige schaufel sie ist kaputt jetzt ist es ein Caps Schwupoki ein Schieb ein Disco Schieb BAM Hase, bist du jetzt in der Party? nein was Party ist eine Nachricht von mir gekriegt es gibt keine Partys zu display erstell noch mal eine neue Party hab ich doch eben es wird doch eine Nachricht geschickt bei mir kommt nichts an dann machst du noch mal eine Party mach bitte mal ein Schwierigkeiten an wieso ist in meine Kisten so leermaßen du hast alles rausgenommen was ich hab da gar nicht viel rausgenommen ach so immer nur alles Holz ja ja ich brauche vielleicht auch Holz das habe ich selber geerntet nein doch ich werde den Bauern bauen so jetzt kannst du join Tim bleib mal hier Party ich hab nur meine Party meine ist die einzig wahre Party ich kann nicht nur deine ich sammle da mal mein Zold sein Beep 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 Deine Zeit ist abgelaufen zum nächsten Mal wenn ich es dann vielleicht schaffe mich hochzubauen schafft er eh nicht Tschüssi Tschüss Ich hab dich